Zur großen Hausmesse ist am Samstag bei Nahlich und Lässer im Gewerbepark Seidewinkel eingeladen worden. Mehr als 60 Aussteller aus den Bereichen Haustechnik, Fliesen und Baustoffe präsentierten dabei ihre Produkte und Neuheiten. Auch Fachvorträge für Handwerker standen im Programm. Seit 1990 ist das Großhandelsunternehmen mit Stammsitz in Deggendorf auch in Seidewinkel zuverlässiger Partner für alle Gewerke rund ums Bauen und Renovieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017